Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute möchte ich euch die Errungenschaft ein Wunder ist geschehen näher bringen, beziehungsweise möchte ich euch zeigen oder sagen, wo man die 20 merkwürdigen Helichole findet, beziehungsweise generell die merkwürdigen Helichole. Es gibt nämlich gar nicht 20, es gibt insgesamt nur im Endeffekt einen eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt. Und der kann aber in 14 verschiedenen Positionen auftauchen, zweimal pro Tag, beziehungsweise mit einem 12 Stunden Cooldown, beziehungsweise Respawn Timer. Und ja, was ist ein merkwürdiger Helichole überhaupt? Das ist im Endeffekt einfach nur ein Helichole, der ein bisschen anders aussieht, der hat eine andere Maske auf. Warum hat er überhaupt eine Maske auf, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall sieht er einfach aus wie der Anführer der Helichole, mehr oder weniger, aber halt ein bisschen merkwürdig. Und ist eine Parodie oder eine Anspielung auf den Mihojo-Firmenchef, also den CEO. Ist einfach ein Easter Egg so ein bisschen, also ja, klassischer Fall von Person verewigt sich im Videospiel, so ein bisschen zumindest. Und ja, aber dafür gibt es auf jeden Fall eine Errungenschaft und die heißt eben ein Wunder ist geschehen. Insgesamt gibt es die Errungenschaft mehrfach, also man muss sie quasi nicht nur einmal abschließen, sondern mehrfach. Ich bin jetzt auf Stufe 3, glaube ich. Und es gibt danach noch eine Stufe, wo man 50 Stück davon besiegen muss und dafür gibt es dann 20 Primal Gems. Und wie gesagt, wo man die findet, das zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich das auf meiner Karte markiert und ich sage euch mal kurz noch ein bisschen was dazu, außer das offensichtlich. Genau. Also es gibt sechs Stück in Monstert und acht Stück in Liyue in Inazuma. Zumindest zum Zeitpunkt jetzt gibt es keine merkwürdigen Heli-Choice-Spawns und im Drachengrat auch nicht. Wobei der Drachengrat ja zu Monstert gehört, aber wie gesagt, da gibt es aktuell keine. Und ich habe euch die mit diesen Monsterköpfen hier markiert und wir gehen jetzt einfach einen nach dem anderen durch. Also das wäre mal mit der gesamte Monstert-Map so. Also hier ist der erste, zweite, dritte, vierte, fünfte und sechste, falls ihr es jetzt nicht so schnell gesehen habt. Genau. Aber der erste ist auf jeden Fall im Gelöbnis-Cup, ganz am Rand. Der schaut dann von der Klippe runter. Der ist eigentlich relativ offensichtlich zu finden. Da sind auch keine Bäume, keine Hindernisse. Da müsst ihr einfach nur zu ihm laufen. Wenn er denn da ist, ach so genau, das soll ich vielleicht auch noch dazu sagen. Bei diesen Spawns handelt es sich nämlich, also bei diesen markierten Orten, da handelt es sich nämlich immer nur um einen möglichen Aufenthaltsort. Und das ist die Schwierigkeit bei der Errungenschaft. Denn wie ich vorher schon gesagt habe, gibt es 14 verschiedene Positionen, aber nur einen merkwürdigen Heli-Juil. Und das heißt, wenn man die Errungenschaft wirklich farmen möchte, sage ich mal in Anführungszeichen, dann ist es so, dass man immer zu jedem dieser 14 Orte gehen muss, um zu hoffen, dass irgendwo der Heli-Juil ist. Also er ist zwar immer am gleichen Ort, er wechselt die Position so alle 12 Stunden ungefähr. Er ist zwar immer nur an einem Ort für eine längere Zeit, aber er ist nie am gleichen Ort. Also wo er auftaucht, ist komplett zufällig. Das heißt, man muss zu jedem der 14 Spawns, wenn es blöd läuft und am 14. ist er dann, gehen und dort trifft man ihn erst an. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Gelöbnis-Cup gehe, ich meine, wir können es eigentlich auch ausprobieren. Warum nicht? Dann, ich habe noch keinen merkwürdigen Heli-Juil gefunden. Also da wird es ja wahrscheinlich einfach keiner sein. Und das ist, wie gesagt, einfach aus dem Grund, dass es halt nur ein möglicher Aufenthaltsort ist. Also er ist auf jeden Fall, also wenn er dort ist, dann an dieser markierten Stelle. Aber heißt eben nicht, dass er dort ist. Und das ist, wie gesagt, ein bisschen blöd. Deswegen ist die Errungenschaft auch echt schwierig. Und die meisten, allermeisten Leute, würde ich sagen, haben die Errungenschaft auch noch nicht, zumindest nicht vollständig abgeschlossen. Und wir können jetzt mal gucken, aber wir sehen ihn schon mal nicht. Also er liegt manchmal im Gras oder so. Das heißt, auf weite Distanz sieht man ihn vielleicht nicht unbedingt, aber nö. Er ist nicht hier. Das heißt, das wäre jetzt die erste von den 14 Positionen, wo er nicht ist. Das heißt, er ist bei einer der 13 anderen. Aber bei welcher er eben ist, weiß man nicht. Das heißt, man muss jeder einzeln abklappern, bis man ihn findet. Wenn man ihn einmal gefunden hat, dann kann man nochmal alle 14 Positionen abklappern, weil dann könnte er irgendwo anders aufgetaucht sein. Und wenn man ihn zweimal besiegt hat, dann muss man mindestens 12 Stunden warten, bevor er wieder respawnen kann. Ja, also wie gesagt, im Normalfall kann man ihn maximal zweimal pro Tag besiegen. Und ja, wie gesagt, das ist die Besonderheit dabei noch. Ja, diese Position hier ist relativ einfach. Man teleportiert sich einfach hierhin bei der Dauper-Schlucht. Da steht er auch wieder hier auf dem Hügel oben drauf und schaut runter. Das ist eigentlich auch relativ einfach zu finden. Beim Windstieg ist es extrem einfach, weil da der Teleportationspunkt, die Statue der Sieben, direkt bei dem Baum ist. Und er steht quasi auf der, also wenn er von der Statue der Sieben kommt, dann ist er quasi auf der anderen Seite vom Baum. Das ist eigentlich auch nicht schwierig zu finden. Dann hier oben bei der nächsten Position, bei den Windblickbergen, da ist es ganz angenehm, weil da steht er direkt hinter einem der Schreine der Tiefe. Also die Schreine der Tiefe sind diese großen grauen Gebäude. Und er steht direkt dahinter quasi, also auch einfach hin teleportieren, zu dem Schrein laufen, dann kann man ihn auch nicht übersehen. Dann haben wir die nächste Position, genau, bei Wolfenlauf. Hier ist es auch wieder ähnlich. Man läuft einfach hoch und da schaut er auf den, auf die Arena vom Wolf des Nordens im Endeffekt. Also er guckt einfach runter, also ist auch nicht schwierig zu finden eigentlich. Und unsere letzte Position, ich hoffe, ich habe es gerne vergessen, ein Monster. Die ist auch sehr cool, weil hier steht er nämlich oben auf so einem Steg von Dvalin. Da kann ich vielleicht auch kurz hingehen, weil das vielleicht nicht ganz so offensichtlich ist. Aber man erkennt es auf der Minimap eigentlich auch. Und zwar, wenn er da ist, dann steht er... Oh! Ist er das? Ist er das? Das ist er. Das ist er. Das ist er nicht. Schade. Da wurde ich gebetet. Man hat es nicht richtig erkannt, leider. Schade. Ich habe schon lange keinen merkwürdigen Himmation mehr besiegt, tatsächlich. Deswegen mache ich auch dieses Video, weil ich selber wieder farmen muss. Ne. Aber auf jeden Fall steht er hier oben drauf. Also er ist nicht unten drunter, sondern er steht dann, wenn er da ist, da oben. Genau. Und ja, das waren die sechs Positionen. Noch mal schnell schauen, dass ich keine vergessen habe. Genau. Drei, sechs. Ja, passt. Genau. Das waren die sechs Monster-Positionen. So, jetzt gibt es eben noch acht Positionen in Liyue. Hier ist es leider nicht so einfach zu zeigen, weil es bei Liyue so groß ist. Wir gehen es einfach mal schnell durch und dann noch mal im Detail. Hier oben ist die erste. Dann hier ist die zweite beim Teleportationspunkt. Die dritte unter Mingyundorf. Die vierte ist in Jinyun. Dann am Suijuihang. Fünf im Tangiyu. Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Ist es Tangiyu-Tal? Tiang-Chiu-Tal. War jetzt Nummer sechs, glaube ich. Genau. Dann haben wir hier Nummer sieben und hier Nummer acht. Also, hier oben ist es, also die meisten Positionen sind eigentlich relativ einfach. Also hier ist es so, dass er einfach auf so einer Kante liegt oder kurz vor der Kante von diesen Feldern. Das wäre in diesem Gebiet noch nie wahr. Das sind so Blumenfelder im Endeffekt und er ist einfach in dem mittleren. Also da müsst ihr euch einfach auf eurer Minimap orientieren. Ja, da liegt er dann einfach am Rand. Das ist eigentlich nicht zu verfehlen. Dann hier oben ist es eigentlich auch relativ einfach. Man teleportiert sich hoch und dann ist hier eine Druckplattform, in der man sich aufsteigen lassen kann. Und dann steht da quasi ganz oben, also vorausgesetzt er ist da, steht da ganz oben hier auf dem Berg drauf. Also ist eigentlich auch wirklich nicht zu verfehlen. Also auf der Minimap seht ihr jetzt schon, ich müsste jetzt quasi nur schnell da hoch gehen. Machen wir jetzt aber nicht. Dann habe ich jetzt hier zwei. Genau, dann machen wir den nächsten. Der ist auch relativ einfach. Da teleportiert man sich hier hoch. Und dann diese Insel. Ich weiß gar nicht, die ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verfehlen, aber wenn man sich vorher markiert oder sich merkt, dann ist es eigentlich relativ einfach. Genau, das ist die, auf die ich jetzt quasi gerade zufliege. Da oben kann er draufstehen. Und das ist nur eine Blume. Da ist er. Oh, liegt er? Liegt er da? Nee. Warum ist das so dunkel? Ach, das sind die Blumen, lol. Ah, lol. Okay. Ja, also es wäre dann hier drauf quasi. Hier könnte er sein. Ist er aber auch nicht. Dann haben wir unsere nächste Portion, äh, Position hier drüben. Ja gut, das muss ich vielleicht tatsächlich auch zeigen. Und zwar teleportiert man sie hier hin und dann muss man aber runterspringen. Erkennt man eigentlich anhand der Markierung hier eigentlich auch relativ gut. Aber das ist vielleicht wirklich ein bisschen verwirrend, weil hier gibt es diese Druckplattform, oder nicht diese Druckplattform, diese Plattform, auf der ich jetzt auch gerade stehe. Diese geformten Steine. Und die sehen alle relativ gleich aus. Wenn man da Screenshots oder so davon sieht, dann kommt man nicht vielleicht sofort drauf, wo genau der ist, wenn er denn da ist. Ähm, es wäre aber hier. Genau. Aber hier ist er auch nicht. Also hier wäre er dann quasi auf dieser rechten Plattform. Genau. Und dann haben wir als nächstes Sui Zhuhang. Hier ist es richtig einfach. Hier steht er einfach mittendrin. Also das ist ja so ein Krater. Und da schaut er einfach auf den Eingang zu dieser Höhle. Also der ist wirklich nicht zu verfehlen. Hier genau das Gleiche. Hier steht er einfach an dem See. Vor diesem kleinen Häuschen, das hier aufs Stein gebaut ist. Also der ist auch relativ easy zu finden, wenn er denn da ist. Ähm, zu suchen ist. Obwohl eher easy, soll ich vielleicht sagen. Dann hier das Gleiche wie vorher oben am Tor. Äh, hier steht er auch einfach oben auf dem Berg am höchsten Punkt, mehr oder weniger. Das hier muss ich löschen. Das weiß ich nicht, was das ist. Sorry dafür. Und dann müsste hier die achte und letzte Position sein. Die können wir vielleicht auch noch schnell zeigen. Die ist aber auch relativ einfach, wenn man sie kennt. Und zwar ist da ein Zelt aufgestellt. Und da steht er dann einfach daneben. Und zwar ist das hier unten. Genau. Der ist hier ein Zelt aufgestellt. Und da steht er dann einfach daneben. Und das war's. Das waren alle acht Lio-Positionen vom merkwürdigen Heditsch. Aber wir haben ihn jetzt nicht angetroffen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Positionen wir tatsächlich abgeklappert haben. Ich glaube vier. Da war er jetzt leider nicht dabei. Wie gesagt, das ist halt einfach ein bisschen Glück, dass man ihn, also ich hatte das schon oft so, oder was ich eine Zeit lang mal gemacht habe, das habe ich jetzt aber auch schon lange nicht mehr gemacht, immer wenn ich meine Helden heilen musste, oder wenn mein Held oder mehrere gestorben sind, weil ich irgendwas ausgebildet habe oder so, und hatte keine Lust, die alle sozusagen kostenpflichtig für Nahrung wiederzubeleben oder was auch immer, dann teleportiert man sich ja eigentlich am schnellsten. Einfach schnell zu einem Start oder sieben lässt sie wiederbeleben. Und dann probiert man, was auch immer man gerade gemacht hat, nochmal. Und ich habe es dann immer so gemacht, ich habe mich einfach immer zum Windstieg teleportiert für diese Heilung oder für den, für die Wiederbelebung, weil der Windstieg halt extrem nah einfach, ich bin mir ziemlich sicher, es ist die naheste Position zu einem merkwürdigen Hilichol und bin dann immer hier hingelaufen. Und da habe ich ihn tatsächlich auch mehrfach angetroffen. Also das ist tatsächlich gar keine so schlechte Idee, dass man sich den Windstieg einfach merkt, weil da kann man halt schnell nachschauen, wenn er nicht da ist, egal, wieder vergessen. Und wenn er da ist, ich meine, das ist ein 1 zu 14 Chance im Endeffekt, dann kriegt man seinen Helden geheilt und kriegt den merkwürdigen Hilichol für die Errungenschaft. Dauert so natürlich ewig, bis man das mal hat. Deswegen, wenn man die Errungenschaft wirklich haben möchte, dann muss man ihn handen. Und ich würde sagen, ich hande ihn jetzt und zeige euch das Ganze dann noch, wie das wirklich aussieht. So, ich habe ihn endlich gefunden. Er war an der, wartet mal, wie viele Positionen hatte ich jetzt noch übrig? Drei. Also er war an der elften Position. Und wenn er jetzt blöd läuft, muss man immer alle 14 Positionen checken, bis man ihn findet. Das ist wie gesagt das, was die Errungenschaft wirklich schwierig zu bekommen macht. Ich würde da mich auch nicht zu sehr reinsteigern. Wenn man mal dran denkt oder wenn man mal Lust hat, dann kann man immer mal wieder gucken, ob er gerade da ist. Wie gesagt, das mit dem Windstieg ist so ein Hinweis von mir. Wenn man eh zu einer Statue lesieben muss, zum Heilen oder was auch immer, dann mal schnell immer hier abchecken. Aber ja, das ist eine Errungenschaft, die schon extrem unnötig schwierig gemacht wurde. Aber es ist halt wie gesagt ein Easter Egg und ja, keine Ahnung. Aber so sieht das Ganze dann aus. Also es steht dann hier an der markierten Stelle, die ich euch vorher gezeigt habe. Und dann, ja, also im Endeffekt, wie gesagt, einfach ein Helichol mit so einer, mit einem etwas anderen Aussehen. Und ja, der droppt auch immer Weißkohl, bisschen Mora. Und ein Hinweis noch, den ich bis jetzt vergessen habe, ist, man kriegt für jeden Helichol, von jeden merkwürdigen Helichol, den man das erste Mal besiegt, 18 Abenteuer-EP. Das heißt insgesamt dann 14 mal 18 Abenteuer-Exp. Ist nicht schlecht, ist nicht wirklich viel, aber ist vielleicht noch so ein kleiner Hinweis. Also man wird auch noch ein bisschen belohnt, was das angeht. Aber es ist schon sehr marginal. Und ja, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und bedanke mich immer recht herzlich fürs Zusehen. Würde mich sehr über ein Like, ein Kommentar, ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.